Leute, das ist die Multimodell-Radio-Show hier aus Herford. Gleiches Fooly für euch an den Decks und wird ein dickes City auf die Bretter zaubern, da bin ich mir sicher. Und heute nutzt er seinen neuen Mischer, den Pioneer DJM-S9. Ein Tool für Serato und wie ich so sehe, ein schönes Tool, schönes Design vor allem, aber was uns interessiert sind natürlich die Features. Was gefällt dir gut an dem Mixer? Ja, also was ich am allerbesten finde ist, dass er so übersichtlich ist, weil der Mixer steht halt in der direkten Konkurrenz zu den Rain-Mischern, insbesondere zum Sixty-Two. Und der Sixty-Two hat, ich sag mal, im Großen und Ganzen dieselben Funktionen, aber der ist unglaublich unübersichtlich. Also du hast so unendlich viele Knöpfe an dem, vor allem kleine Knöpfe und das ist sehr, sehr mühsam, finde ich persönlich, damit im Club zu spielen. Und der S9 wirkt insgesamt einfach vom Layout aufgeräumter, die Funktion irgendwie logisch angeordneter und das finde ich persönlich einfach besser. Die Pads, habe ich eben schon gesagt, sind schön groß im Gegensatz zum Sixty-Two. Man kommt auch im Club, wenn es dunkel ist, super schnell drauf, ohne sich gleich zu verdrücken. Er hat auch wieder Sixty-Two, zwei Soundkarten, das heißt, man kann mit zwei Laptops gleichzeitig spielen, oder zwei DJs können gleichzeitig spielen, ohne viel Kabel rumgeswitcht, sondern einfach zwei USB-Kabel rein und Vollgas und ja, sonst hat er halt eine komplett überarbeitete Logik der Effekteinheit. Da wird sich auch jemand, der sich mit Pioneer auskennt, erst nach einer Weile dran gewöhnen können. Ich weiß nicht, ob du das hier später noch zeigst, aber diese beiden Switches für den einzelnen Channel, die sind schon gewöhnungsbedürftig. Also auch wenn man Pioneer gewöhnt ist, muss man erst ein bisschen mit klarkommen. Ja, und der Crossfader ist halt einfach der Shit, also der ist so krass, also da kann man so krass becutten, das ist mit Sicherheit so der beste Crossfader, an dem ich je gestanden habe. Man kann sich den konfigurieren, wie man will, also besser geht's eigentlich nicht. Yes, Leute, schaut es euch an, auf geht's hier mit Fuli. Viel Spaß, Multimodal-Radio-Show. Ja, Leute, schaut es euch an, auf geht's. Ja, Leute, schaut es euch an, auf geht's. Ja, Leute, schaut es euch an, auf geht's. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018